Musik Ja, die beiden werden uns in seine Dogfight-Zeiten hier an und an zu machen, mit Bewaffnung. Wir werden die Geräusche zumindest hören, es werden keine Bullets geschossen sozusagen, aber sie werden gegeneinander kämpfen, head on, werden sie ansetzen und werden dann an die Luft auf engstem Radius. Wir kennen Dogfight, wie wenn 200 sich streiten, gewahren auf engstem Raum, wir werden sie verkämpfen. Und da werden wir auch mit der Musik zu uns verfahren, dass man sich den Motor aufnimmt. Ja, lassen wir mal auf. So, der eine Verschiedene gehört ja. Michael Kastner, ein Schwede, kann die Infoilter 737. Der Tag zu der Anwalt, auch in diesem Tag, hat sich die Infoilter 737. Und jetzt geht's los. Wir haben das doch heute. Der erste Schuss hier im Wald, in dem Herbst. Ich seh mal. Engel. Die Jungs sind in der Generation. Es ist gut, Leute. Wir haben einen fremdigen Sender jetzt. Ja, ein paar Jahrzehnte zuvor. Und das hat alles. Recht berühmt, ich möchte noch mal auf. Ah, es ist gerade nicht durch die Weltlaufen. Es ist gerade nicht geschützt. Nicht beschlossen. Komm mal kurz mit. Und noch die Aktion. Wie viele haben wir sie schiessen? Noch eine Raufsichtung. Noch eine Raufsichtung. Noch eine Raufsichtung. Noch eine Raufsichtung. Zum Glück. Und wiederum. Der Dreidecker, die vorgegangen ist, und vor allem im Kamerl zu persönlich gebaut. Ich drehe mich unter die Raufsichtung. Zum 100. Das ist der erste Raufsichtung. Ich habe keine Ahnung über die 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 Raufsichtung. Es ist herastlich. Die Tumeliser, die Hände der Heim. Die jetzt von Westen noch einmal reinkommt. Head-off begegnen noch einmal mit Hübsgeschwindigkeit. Und die Hübschwindigkeit. Sie geht auch bei Geschwindigkeit. Sie geht auch bei Hübschwindigkeit. Sie geht auch bei Hübschwindigkeit. Und die Hübschwindigkeit. Sie geht auch bei Hübschwindigkeit. Schlecht an die Fülle. Und die Situation war noch vorhanden, die haben gehört. Schieb doch bei der Poker. Und was hat es mit dem Leben? Nein, das war ein Mal, den muss man machen. Aber dass du als Euro-Falltag-Pilot bei 150 km warst und du bist geschminklich verspricht, das ist ein ganzes Mal. Aber ich glaube, ich bin in drei Minuten auf 1.000 m. Was brauchst du auf 1.000 m? Das war ein Wippernschlag vielleicht. Da war es drei Minuten. Da war es drei Minuten. Da war es dann drei Minuten. Auf geht's. Oh! Flieger kommt da, wie sieht die Ahnung. Flieger kommt da, 2.000 m? Das ist ein Wippernschlag. Von vorne bei uns die Abwehr kursiert das Watt. Hier bin ich als begonnen, die hat seinerzeit gewöhnt. Das ist ein Wippernschlag. 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 meines Wippernsberg. Das dauert da. Das ist es nicht ein Wippernschlag. Die R4 ist gestattet mit einem 80 Meter Stern und 2.400 PS, die galt jetzt zu bewältigen. Ein sehr hohes Drehmoment fordert viel Geschenk beim Start. Wenn Leistung gesetzt wird, muss man gegen das Drehmoment entsprechend sein. Ich will nicht ausbrechen. Das war ja auch als Träger und unser Konservator konnte sich auch die Füllung entlaufen. Die Ladebahnen laufen am Träger und Startbahnen sich dementsprechend schnell und kurz. Und das Erfolge ist das Geschick für die Notation. Die Ladebahnen sind in der Kurskarte, die Städte und die Städte und die Städte und die Städte. Und wir haben die Städte und die Städte und die Städte und die Städte. Für die Redner! Auf Klausel! Auf Klausel! Auf Klausel! Bravo! You got it! Bravo! You got it! Bravo! 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 Die Raditäten kommen hier gleichsam rein, wie auch die Orlocheiter. Da können wir natürlich mal zuwischen. Die freuen sich. Die freuen sich. Wir dürfen Ihnen ja noch zuwischen. Dann freuen Sie sich gut so gerne. Jetzt. Die freuen sich. Die freuen sich.